ja leute wird ja leute bevor das Video beginnt wollte ich noch mal sagen danke für die 55 Abonnenten wir haben einen neuen Abonnenten gekriegt auf unseren Kanal willkommen auf meinen Kanal viel Spaß mit diesen Videos die auf diesem Kanal laufen und ich eigentlich schon das wollte ich eigentlich noch sagen zu euch wir verdanken für den Support Bruder lassen wenn du willst kannst du mal keiner teilen mit den Freunden aus der Schule vielleicht was du halt besser findest auf jeden Fall danke an deinen Abo danke für das Support und zwei Leute kommen erst mal heute zu diesem Video und zwar machen wir heute wie gesagt versuchen nicht zu lachen Challenge soll anscheinend schwer sein hier haben wir schon mal den Bildschirm und zwar machen wir versuchen nicht zu lachen wie gesagt ja ich würde sagen und im Zweifel würden wir schon mal anfangen wir wieder umrechtliche natürlich noch ein ich glaube ich habe wir haben vielleicht haben wir ja während dieses Video auf die einen neuen Abonnent auf jeden Fall wird es noch weiter sagen Prozent Apropos die Leute die abonnieren werden unten im Stream und ein Video eingeblendet also wir haben wie gesagt drei Leben ja und ich rede nur nicht so weiter ich würde noch ich wollte noch eine Sache sagen hier zum Beispiel den erstellen das Videos auf jeden Fall den Kanal kinderisch vorbeischöcken was ihr wollt ist mir völlig egal versteht ihr auf jeden Fall ich habe schon wir haben auf jeden Fall ich würde es in letzter Zeit ein bisschen akkulisieren ähm falls wir verlieren machen wir neue Video eine neue Aufnahme also wenn ihr versteht was wollen ein neues Video wieso wurde die Zahl rausgenommen keine Ahnung so auf jeden Fall so jetzt packe ich mal unsere Leben hin dann füttt unsere Leben anzuzahlen dass ihr es seht und würde ich dann sagen let's let's go, where we go, was auch immer und weiter geht's im nächsten Clip nehmen wir einen Engel und der wird einfach von runter ja ok das wird es jetzt nicht witzig muss ich sagen aber wie sicher kann joo Adam, no no no, Adam no no, gut tschüss das war's das war's ok das ok das nein ok was es war ein Spaß Lacher ich meine ich weiß nicht wieso ich jetzt gelacht habe es war so ein schlechter Clip wieso habe ich gelacht wieso habe ich ich Gottverdammt auch mal gelacht ahhh ok 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 ahhh ich würde doch schon mal sagen dass wir jetzt zwei Leben haben aktualisiert schon mal egal wir haben noch ganze paar Minuten vor uns und let's go ja was ich erdreht was hat ich mir getan so nächsten Clip sehen wir ein klein Juni hier der will so ne Kerze auspusten und sein Gesichtsausdruck ist ein bisschen fragwürdig aber weiter geht's was ist was ist was ist oh mein Gott oh mein Gott klack drauf und das würde ich ja und das kommt davon wenn man sich nicht konzentriert aber weiter geht's hinter dir guck hinter dir oh ich hab fast gedacht ich hab so ein Grinsen gemacht so ein Grinsen versteht ihr Ok, wir machen ab jetzt ohne Grinsen. So, im nächsten Clip sehen wir einen Stuhl, einen Stuhl, irgendetwas hier. Boah, Junge, ist die fett! Weißt du, die will so auf Kulturen? Du hast mal komplett verkackt. Die will auch irgendwie so auf Kulturen. Oh, was hat mir? Weiter geht's? Hier kommt Sugarfoot. Kulturen! Pomposki! Ha, geht das? Nein! Ok, 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 ok. Ich frag mich, wieso ich über so'n Scheiß lache. Wieso? Wieso lache ich über so'n Scheiß? Naal, ey ne, n, ne ne. Nein! stralah, låg, zh! Ne. Ney, ne, ney 안돼, ne. ne, ne. Hä, ne. Nein, ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne, nein, nein. die Leute euch alle angehen Naja, dann wünsche ich euch viel Spaß und weiter gehts So, hier haben wir einen, der runtergefallen ist So, wir haben ein Traktor, ist sehr gefährlich, wenn das Kind da runterliegen würde Naja, egal Hier ist der kein Junge, hier ist der größere Bruder und hier ist so ein Wagen dran gehängt mit dem Seil Und wo wir gehen, Motorfahrer Dad, du droolst ein bisschen Also ich würde sagen, der sieht so aus wie so ein Idiot, ne? Und der sieht so richtig aus wie so ein kleiner Bierraucher Richtig so wie ein, wie so richtig so, ach egal A little bit of drool on your chin, Dad Bierraucher, bro Ja, aber so ein Hund, der will spielen und hier ist eine Frau, die mit dem Handy verseucht ist Was? 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 Oh, jetzt haben wir hier zwei Kinder Oh, ich glaube ich kenne sogar den Clip, dafür müsst ihr ganz genau hinhören Ich bin mal alleine Ok skaten Oh da ist Tartoy Adrian Michael Ich bin ein Feature Nein Nein Das steht nicht Nein 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 Ich habe nur wegen dem Bier gelacht Nein ich mache es jetzt nicht so weiter geht es ist mir egal Ich erinnere das jetzt nicht um Nein 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 ich erinnere das nicht nur Nein 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 Ich habe auch kein Wort mehr Was sagt ein witzig wieso lache ich Ich Ja ok ich mache jetzt noch das Ende dreimal gelacht egal ja ja ich hoffe okay hier sind noch von Videos ich würde sagen um n erst mal ich will nicht mehr nächstes Mark ist nicht gut naja vielleicht gibt es irgendetwas anderes das Apropos wenn wir auch auf mein Kanal gehen mein Kanal ich kann es wie gesagt mal jetzt hier schaut es euch an ist wirklich einige keine Ahnung wie ich es gelangt hat das war da ich würde sagen dass er schließlich schon ich würde noch mal danke der nächste Teil kommt bald und wie gesagt danke für die 5 und ich will die Glocke lassen aber da nicht ich würde sagen goodbye oh es ist so